Herzlich willkommen in der Steigerwelt von RUTMANN. In diesem Video stellen wir Ihnen eine neue Modellvariante aus der bekannten T-Baureihe vor, unseren Steiger T270S. Begleiten Sie ihn jetzt bei diversen Arbeitseinsätzen und staunen Sie über die verschiedenen Trägerfahrzeugvariationen. Bei dem Modell T270S steht das S für senkrechte Stützen. Das bedeutet, die vier hydraulischen Stützzylinder sind direkt am Steigergrundrahmen angeflanscht. Somit stützt der T270S bei jedem Arbeitseinsatz im Fahrzeugprofil ab. Durch die neue Stützkonstruktion kann der Steiger überall dort, wo er hingefahren wird, mühelos abgestützt, in Betrieb genommen und dabei mit seinem kompletten Leistungsdaten eingesetzt werden. Da der T270S über einen enormen Stützenhub verfügt, kann er auch bei widrigen und schrägen Geländeverhältnissen optimal aufgestellt werden. Durch seine große Reichweite von über 20 Metern, kombiniert mit den Vorteilen des variablen Turms, können auch arbeiten... ... ...